Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Heute geht es um einen sehr sehr angenehmen und entspannten Teil. Das heißt wir sind jetzt fertig mit diesen furchtbar anstrengenden Generics. Heute geht es tatsächlich nur um Data Classes, einen kleinen netten Gimmick von Kotlin für euch. Und ja, das wollen wir einfach mal ganz kurz angehen. Das ist quasi wie eine normale Klasse, außer dass ihr vorne dran noch Data schreiben müsst. Und dieses Data gibt dann an, hey Kotlin, bitte mach mich hier automatisch einen Haufen angenehme Dinge drumherum. Was das genau ist, schauen wir uns sofort an. Data Classes sind im Endeffekt nur zum Speichern gedacht von Dingen. Und wir schreiben uns jetzt hier einfach mal sowas, wie wir es in eine Datenbank reinschreiben würden. Zum Beispiel einen User mit dem Value Name vom Typ String. Warum habe ich dann Doppelpunkt geschrieben? Vom Typ String, mit dem Value H, vom Typ Int und mit dem, das war es eigentlich schon. Wir passen das einfach mal nur so hier an. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon hier fertig sagen, das ist meine Data Class. Mehr müssen wir hier eigentlich nicht machen. Und das ist das sehr sehr angenehme dabei. Das ist jetzt eine vollwertige Klasse. In Java hättet ihr jetzt hier wirklich sehr sehr viel Code schreiben müssen. Ihr müsstet Getter schreiben, ihr müsstet Zeta schreiben, ihr müsstet bla bla bla. In Kotlin ist das diese eine Zeile und ihr könnt den User hier reinschreiben. Wenn ihr natürlich noch mehr Variablen habt, schreibt die einfach hinten dran. So, wie könnt ihr das ganze Ding benutzen und warum ist es irgendwie sinnvoll sowas zu tun? Nun, benutzen, super einfach eigentlich. Ihr benutzt sie wie eine normale Klasse, nur dass diese Klasse eben keine Methoden hat. Es ist einfach nur eine Struct. Für die Leute, die aus C kommen, für die Leute, die aus Solidity kommen, für die Leute, die vielleicht aus Rust kommen. Es ist eine Struct. Ja, das heißt eine Structure und da kann man wirklich einfach nur sozusagen diese Daten reinschreiben. Es gibt keine Methoden in dieser Klasse, die ihr selber schreiben könntet. Das heißt nicht, dass keine Methoden in dieser Klasse sind, denn Kotlin hat ein paar für euch. Und wir wollen jetzt erstmal einen User generieren, weil ich vom Typ User ist gleich ein User mit Namen Cedric Nessner und mit dem Alter. Ach, verdammt, ich bin ja jetzt älter geworden. Das ist fatal, ne? Okay. Ja, gut. Dann steht da jetzt halt eine 27. Ich gehe echt auf die 30 zu. Huiuiui. Und anschließend können wir diesen User einfach ausgeben, indem wir hier ein Printline aus Ich machen. Und hier können wir einfach mal uns angucken, wie das Ganze aussieht. Wir sehen hier nämlich, nein, das wollten wir nicht. Wir wollen natürlich die Data Class laufen lassen. Wir sehen hier, da steht dann User. Name ist gleich der Trinkmessner. Age ist gleich 27. Ihr erinnert euch bitte daran, wie eine normale Klasse hier aussah. Das war nämlich ganz einfach die Klasse Add User oder User Add und dann die Speicheradresse. Hier habt ihr schon automatisch, und das ist der erste schöne Teil sozusagen, den Kotlin für euch übernimmt, die ToString-Methode implementiert. Das heißt, dieses Ich, dieses Element aus User wird automatisch in einen ansehnlichen String konvertiert, so dass ihr auch wisst, was das eigentlich ist, damit ihr eben schöne Debug-Ausgaben habt, schöne Logs habt und so weiter und so fort. Alles überhaupt kein Problem. So, was ihr außerdem noch habt, ist ein Vergleich. Das heißt, ihr könnt hier durchaus auch sagen, weil jemand anders ist gleich User. User. Und zwar jemand mit dem Alter 27, wie ich auch. Und dann können wir hier mal ausgeben, ob derjenige denn gleich ist wie ich. So, und hier gibt es einen großen Unterschied, den viele Sprachen nicht so komfortabel haben, wie jetzt in Kotlin die Data Classes. Denn hier werden einfach wirklich diese Dinge überprüft. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch tatsächlich Cedric Mester reinschreibe, was dann natürlich nicht mehr jemand anders ist, dann kann ich hier einfach sagen, obwohl es zwei verschiedene Objekte sind. Ja, ich habe ja hier zwei verschiedene User erstellt, aber es sind alle Variablen oder alle Member im Endeffekt gleich. Das heißt, jeder einzelne Member gleicht sich. Okay. Und hier habe ich dann automatisch die Möglichkeit, so eine Überprüfung durchzuführen. Das geht in den allerwenigsten Sprachen. Und das ist im Endeffekt Kotlin, das dann für euch die Equals-Methode auch automatisch implementiert. Die Equals-Methode kennt ihr schon aus dem Video zu Operatoren überladen, weil gleich gleich im Endeffekt ein Operator ist. Das heißt, hier wird nicht überprüft, ob die Objekte an derselben Speicheradresse stehen, was normalerweise bei vielen passiert, sondern hier wird überprüft, ob die ganzen Variablen im Endeffekt sich gleichen. Und das macht die Nutzung natürlich super, super angenehm und das spart euch sehr, sehr viel Code. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, hier auch diese Werte direkt wieder auszupacken. Und das ist auch was, was sehr, sehr angenehm ist. Das funktioniert quasi wie in Python, könnte man sich so vorstellen wie bei Tupeln. Tupel sind sozusagen einfach, naja, zwei Werte, die ja auf einmal gespeichert werden, aber diese Tupel haben normalerweise eben nicht diese angenehme Funktion. Das hier ist so ein Zwischending. Und ja, wir können jetzt hier einfach zum Beispiel sagen, wir wollen hier den Namen und das Alter in Variablen einspeichern. Das ist jetzt quasi hier ein Tupel, okay? Und zwar indem wir sagen, das ist gleich, naja, ich. So, und was wir jetzt machen können, ist tatsächlich hier mit diesen Dingern weiterarbeiten. Print, Line, Name und ja, dann passt das erstmal so. Dann können wir nämlich hier einmal ganz kurz auf Go drücken und dann sehen wir hier, bam, der Name wird richtig ausgepackt und das Alter wird einfach nicht verwendet. Und das ist dann doch sehr, sehr angenehm, wenn man damit irgendwie arbeiten kann. So, jetzt natürlich die große Fragestellung, warum brauche ich sowas? Warum habe ich nicht Klassen, die vielleicht noch viel, viel mehr können? Nun, ihr werdet in der Praxis tatsächlich sehr häufig solche Klassen finden als Datenobjekte, einfach zum Speichern. Das ist wichtig für, also diese Datenobjekte werden dann einfach generiert und die werden durch die Schichten eurer Architektur, wenn ihr programmiert im Endeffekt, werden die einfach durchgereicht, ja? Das heißt, ihr gebt diese Daten eurer Daten, äh, eurer Datenbank-Schnittstelle. Ähm, das heißt, ihr gebt da einfach einen User rein und die Datenbank-Schnittstelle kümmert sich um die komplette Verwaltung der Datenbank und schreibt das da rein. Aber diese Datenbank-Schnittstelle gibt euch auch einen so einen User wieder zurück und, ähm, mit dem könnt ihr dann wieder irgendwas machen, wenn ihr zum Beispiel aus der Datenbank einen User laden müsst. Diese Daten, Data-Class hier, die kann man dann aber auch im Frontend, also quasi in der Ansicht sozusagen mitgeben und dann wird die einfach hübsch aufbereitet und angezeigt. Aber die beiden Dinge, Frontend, also Anzeige und, ähm, die Datenbank zum Beispiel, die sollten nicht miteinander kommunizieren und deswegen hat man da einfach dieses Durchreich-Objekt der Data-Class und da werden die wirklich sehr, sehr häufig eingesetzt und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil das schon eine sehr komfortable Variante ist, die zu verwenden. Ja, und das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.